In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Volumen und die Oberfläche eines Würfels berechnen könnt. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Als allererstes berechnen wir das Volumen meines Würfels. Und zwar nennt sich die Beispielaufgabe, die ich für euch vorbereitet habe, A gleich 4 cm. Ja, so, fangen wir jetzt mal an. Also die Formel, dafür nennt sich V, für Volumen, gleich A Kubik. So, wir müssen einfach nur, also wieder V gleich, die 4 cm mal 4 cm rechnen und dann mal nochmal 4 cm rechnen. Ja, jetzt schreiben wir mal den Rechenweg hin. 4 cm mal 4 cm mal nochmal 4 cm. Jetzt wieder V gleich. Nun berechnen wir das Ganze, also multiplizieren das Ganze. 4 cm mal 4 cm sind 16 cm² und das mal nochmal 4, wären dann 64 cm³. So, nun berechnen wir die Oberfläche und das sind dann, also die Formel dafür ist O gleich 6 A Quadrat. So, also wieder O gleich. Wir müssen einfach nur 6 mal hinschreiben und dann die 4 cm mal 4 cm hinschreiben. Also, nachdem wir halt dann 4 cm und dann mal wieder 4 cm hinschreiben. So, und dann wieder O gleich. Jetzt berechnen wir das Ganze. Am besten wäre es, wenn wir jetzt als allererstes 4 cm mal 4 cm rechnen. Und das sind 16 Quadratzentimeter, äh, Quadratzentimeter, meine ich. Und das machen wir jetzt mal O gleich. 6 mal 16 Quadratzentimeter. So, also die 6 bleibt stehen. Und jetzt berechnen wir das Ganze. 6 mal 16 Quadratzentimeter sind 96 Quadratzentimeter. Und das ist das Ergebnis für die Oberfläche. So, das war es zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Und dann ciao.